ho 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 und willkommen bei dem draconischen adventskalender und dem vogue ist freitag der dreizehnte nein nein nicht ganz jemand schreibt mich gerade an heute ist samstag der dreizehnte wer schreibt jan wieso ich du warst doch mit ihr du warst doch mit ihr machen du hast dir das herz gebrochen nicht ich ja egal wie machst du das herz gebrochen der bereich hallo bereich grüß dich wenn du das siehst ja ich habe ihr ja das herz gebrochen ich habe ja nie irgendwie gesagt dass ich egal also wieso bin ich jetzt hier trommeln mal ein bisschen das geht irgendwie nicht darauf trommeln haben sie ausgeschaltet weil es wahrscheinlich andere spieler nerven könnte ja liebe leute ist freitag der 13 sagt ja unglück aber für euch ist es ein glückstag denn wir beide sind in dragonfly in einer arena unter einem sternenhimmel in weihnachtsmannkostümen und das heißt wieder der goldene weihnachtsmann hat uns eine silberne nachricht geschrieben ihr beide ihr sollt heute kennt ihr noch tipp kick weiß was ich mein wir spielen ww tipp kick mit einem weiß wasser karpfen weiß wasser karpfen das heißt man kann den auf boden legen und dann kippt man den und das sind die tore wir markieren die mal farblich weil wir einfach so cool sind das ist ein tor und das ist immer noch das selbe tor und das andere tor ist hier drüben und es geht jetzt darum wer macht zuerst ein war eigentlich woher markiert eigentlich schon aber einiges anders machen können aber egal so so lieber walks wir würfeln dann würfeln wir mal wir würfeln jedes mal wer dran kommt der derjenige der höher ist der darf der darf kicken wie tipp kick ja okay das ist ja mal nach unten fliegt der hat verloren genau und wenn einer den ball hier die brücke nach unten kickt der hat verloren okay wir würfeln jetzt wer wer einen tor der hat gewonnen ja das ist glaube ich schwer genug ein tor zu machen 25 okay hier ist die mitte wir gehen hier zur mitte und dann gehen wir hier in die mitte okay ja du darfst du würfeln also geht los in 3 2 1 ja würfel doch einfach woks naja da ist meine berühmte 100 okay also ich schläge den karpfen jetzt hierhin okay mach wo ist er denn hier wo ist er denn da ist der karpfen welches tor willst du du darfst jetzt entscheiden ich nehme also ich kreis oder dreieck ich nehme mein das das ist mein tor hier hinten wo ja was der kreis oder dreieck dreieck ist mein tor also ich muss das ist dein tor und du schießt ins kreis tor genau dann go du darfst du hast den ersten kick und dann wird gewürfelt okay bitte kick einfach runter warum hast du denn hier so jetzt warum du hast doch gesehen wo ich stand oh oh gott so jetzt doch mal würfeln warte mal ich schreib das war aber knapp so und jetzt würfeln in 3 2 1 und würfeln die meine 69 stehen 10 der woks darf noch mal der woks darf noch mal komm kick einfach runter kick einfach runter stell mich in den weg das ist scheiße jetzt leider auf geht's kick ihn runter die sind glücklich ich bin es auch und der barclay gewinnt heute 13 punkte 13 punkte somit steht es 51 zu 40 für den barclay und er führt mal wieder seit lange ja gut du hast dich ja gefreut dass du gewonnen hast du musst die scheiß augen mal ändern die sehen ja schlimm aus warte mal man sieht sich und bis bald warte mal ich ziehe meine brille auf so jetzt sieht es cooler aus oder also liebe leute schaut morgen wieder rein auf dem boxein kanal und abonnieren liken und teile nicht vergessen und die glocke drücken tschüss das war die glocke los ich lauft